Er soll halt eine christlich-soziale Ideologie haben oder soll die katholische Soziale ernst nehmen. Das sind überhaupt die Liebsten, muss ich ganz ehrlich sagen, die die katholische Soziale ernst nehmen. Das sind potenzielle Bündnispartner für die Entwicklung einer Gesellschaft. Alles. Also selbst ein Teilschanismus, wenn er nicht ein Faschist ist, ist man da immer noch lieber als Leute wie der Kurz, die einzige Ideologie haben, die ist Ich. Ich und Macht, das sind seine zwei zentralen Begriffe, sonst gibt es rund um ein Dumm nix. Er ist nicht einmal ein Neoliberaler, weil selbst dafür ist er zu blöd. Und das ist natürlich ein Thema, wenn der mit einer sehr ordentlichen Mehrheit bei Wahlen dann auch Bundeskanzler werden kann. Nein, da muss man ganz offen darüber nachdenken, auch als Sozialdemokraten, was haben auch wir da falsch gemacht. Und wie kann man das sozusagen für die Zukunft letztendlich auch verhindern? Es geht ja. Wir haben als Sozialdemokraten, glaube ich, gerade in Wien vorgeführt, dass man sehr ordentliche Wahlergebnisse auch erzielen kann. Warum ist das der Fall? Das diskutiere ich gerade mit meinen Grazer Freunden, sozialdemokratischen Freunden so sehr. Weil in Wien haben die Kommunisten rund ein Prozent und in Graz stellen sie die Bürgermeisterinnen. Und warum ist das so? Weil man sich Themen wegnehmen lässt, weil man sich nur mit sich selbst beschäftigt, weil man egomanisch unterwegs ist, weil sich das Thema Wohnen zum Beispiel wegnehmen lässt. Der ist, als Sozialdemokrat jetzt, der ist einfach verloren, muss man ganz offen sagen, weil ein Kernthema der sozialen Frage, und das lässt man sich wegnehmen. Also absurd, völlig absurd.